Guten Morgen! Ganz schön kalt hier, du! Jetzt geht's los! Also wenn Google Maps uns nicht angezeigt hätte, dass hier das Facebook Headquarter ist und wenn hier nicht ein paar Chinesen wären, die Selfies machen vor dem Gebäude, dann hätten wir nicht erahnen können, dass das hier tatsächlich das Facebook Headquarter ist, weil es nirgendwo steht dran. Das Facebook Blau sieht man nicht, also ist eigentlich vom Gebäude her, außer dass es bunt ist, relativ unscheinbar. Mark Zuckerberg hatte auch keinen Bock jetzt rauszukommen und mit uns zu quatschen. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Das Einzige, was bisschen komisch war, dass die ganzen Fenster von den Gebäuden sind alle komplett schwarz und abgedunkelt, also man sieht von draußen überhaupt gar nicht. Wie cool ist denn das hier hat jeder so ein Fahrrad? Und dann kann man hier über das ganze Gelände presen. Also Google war eigentlich ganz interessant anzuschauen. Und deswegen fahren wir jetzt weiter nach San Francisco und machen da nochmal Downtown unsicher. So wir sind jetzt auf den letzten Metern zum Fort Manschen. Fort Manschen ist eine Klippe, da kann man dann runter aufs Meer schauen. Wir fragen uns gerade, wie krass ist eigentlich San Francisco. So ein mega geileres Flugzeug. Wir haben alle Aussichten überall. Hier sind 60 Meter hohe Klippen da unten, die Wellen, alles grün, die Sonne scheint. Also echt mega gigantische Natur hier, oder? Ja. Und hinterm Berg dahinten wieder ist gleich die Downtown. Also es ist echt krass, da ist Natur und... Die Stadt, alles so nah beieinander. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Strand und hier haben wir den richtig mega schönen Ausblick auf die ganze Stadt. Oder können wir euch zeigen, wo wir gestern waren. Also hier drüben sieht man das Meer. Dann schauen hier die zwei kleinen Spitzen von der Golden Gate Bridge raus. Dann ist hier ein riesengroßer Lake Merced, da waren wir noch nicht. Aber hier sieht es aus, als ob es richtig mega krasse Bäume hat. Müssen wir vielleicht nochmal vorbeischauen. Dann geht es hier weiter. Hier drüben. Oh, jetzt hat es meinen Finger. Hier drüben. Bei dem Mast waren wir ja gestern Abend bei den Twin Peaks. Ja, und sieht einfach wunderschön hier aus. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.